Ja gut, damit Servus Upsalante bei eurem STFA. Es geht los mit EPIA. Und zwar spielen wir hier und jetzt Sniper Battle Royale, das heißt, naja, wie soll man sagen, ich werde sagen, der Steve Petey Commander. Kunde, kommst du mal bitte auf den Meter ran? Ich hab noch ein bisschen gesucht, ne? Rania! Ei Junge, ich werde euch sagen, was ihr jetzt hier im Freifahr alle zockt und wer 6 Kills zerastet hat, hat gewonnen. Das heißt, ihr könnt die Sekundärwaffe gleich benutzen, wenn ich das sage. Oder die Sniper, Quickscope und und und. In diesem Sinne, upsala, klinge ich beim Wecker, übelst geil. So, fangen wir an mit, alle mal Primärwaffe raus. Wir fangen an, mit der Sekundärwaffe. Oh, Steve, du bist so nubig. Bist wir auf den kleinen Stilraten, ey. Ach, wir spielen übrigens Hardcore, ne? Ja, merkt man. Merkt man. So, fängt gut an. Steve, du bist unfair, ja? Ja, und wer keine Typo mehr frei hat, benutzt bitte das Messer. Nice! Autsch! Nice, Mann! Ja. Hatte jemand erzählt, dass du schießen darfst auf mich? Ja, ja. Ja, ja, gut, hab ich gesagt. Ich hätte eigentlich ein Stück ausstehen können, aber das ist trotzdem cool. So, jetzt geht weiter mit Quickscope Dragunov. Hallo, Quickscope. Äh, hier, Quickscope. Peter Ludolf! Nein! Hallo? Peter, Peter, hallo, Peter, Parker! Jaja, da hab ich getötet, das ist tricky. So, Quickscope. Oh, ich bin mal gespannt. Der ist einfach reingegangen und geballert. Was? Anzeige, Anzeige! Anzeige ist raus. Von war kommt das eigentlich? Der kommt heraus, ich sah ein bisschen mehr, als ich nicht gestorben bin. Wow. Umgefallen. Vorne und kippt sofort um. Ah, alles klar. Jo, Danny Player, hast du sehr gut gemacht. Komm her, Steve. Ja, okay, ja. Komm her. Nein! Hinter dir war einer. Ich hab's gemerkt. Autsch. Ja, fuck. Das war bestimmt Non-Scope, ich hab's genau gesehen. Das ist halt zum Quickscope. Jo. So, jetzt machen wir Spray & Gay, Non-Scope. Gib ihm direkt, Junge. Okay. Nur sprayen, Non-Scope. Nein! Was? Das will gesündet, haha. Ich hab keinen Tricky Finger. Natürlich nicht. Nein, ihr könnt's sehen. Hier, guck. Beide mal aus, guck. Ne, ich hab grad hier den Verkehrsgaben an, aber... Boah, ey, Tricky Finger gefällt mir grad echt. Kommt her, auf den Meter. Kommt her, auf den Meter. Boah, hier ist ihr das Geballer, ey. Wie's losgeht. Ja, kommt. Ja, gut. Man muss immer ein bisschen abwechseln. So, jetzt ist alles erlaubt. Boah. Alles erlaubt. Boah. Alles erlaubt. Boah. Alles erlaubt. Ja, haha. Das war das Teo. Schön gestorben. So, only mess on, only mess on. Jetzt mal ein bisschen leise hier. Bissl, bissl, bissl hier, äh, ein Heustvorteil ausnutzen willst du? Fuck. Nein! Verdammt! Wo war der? Ah, hier war zu zweit? Boah, hier sehen wir den apischen Fight und er fällt um. Fresh Muff is down. Boah. Wurde von Tobio AD gekillt. Oder von irgendeinem anderen. Keine Ahnung wie der gerade hieß. Komm her, komm her. Alles klar. Alles klar. Alles klar. So. Nein! Es geht weiter mit der Sekundärwaffe und Messern. Ladies and Gentlemen, ihr durft auch mit eurer Flash mitnutzen. Okay. Ja, war schon. Flash, Sekundärwaffe und... Bamz. Oh. Messer. Autsch. Ah, Rain. X-Terrain, ey. Du warst echt böse, ey. Jetzt kann man rein durch mit den Flashbangs, durfte man da töten können, oder? Nein! Schnapp. Mehrersteller machen. Weiter aus, Alter. Alter, dein Ernst. Alter, allerlei. Alter, ist es 10 Sekundärwaffe. Wow, Steve. Nein! Haftkor eben. Nein! Na, Bamz. Und es ist alles erlaubt. Nein! Genau! Ich brauche nicht mit dem Messer. Ja. Wir machen nur oben im blauen Haus. Wirklich? C4? Ja. C4 war ja verschuldet. War von daher. Läuft bei dir. Autsch. Stimmt. C4? Alle C4 und Messer. Ganz mehr. Verdammt, ich habe kein Verstand. Messer. Nein! Nein! Ich möchte jetzt die C4s platzen sehen. Die C4s platzen sehen. Die C4s platzen sehen. Boah, Terrao geht los hier mit Predator. Hey. Oh, du steht. Oh, shit. Haha. Der Moment, wenn du das C4foto siehst. Okay, dann machen wir only M320. Gib ihm direkt. Tja. Ragequid. 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 Nein! Haben wir auch Messern? Na ja, na klar. Na ja. So. Perluluf hat den Anwand gemacht mit der Sniper und zwar. Quick to War. Äh, hier dieses, ähm, dieses, dieses Tricky Fingern hier. Wie heißt's denn? Nein! Und das war richtig Lackstadt. Okay, ihr könnt alles machen mit der Sniper. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Tut sie. Focke Wohl schlüpfern die Sniper. Nein! Dafür ist sie da. Wann? Diese ranzige. Dragunov. Gucken alle Übeln Häuser drin, sehen sich dahin? Ja. Dann kriegt man sie nicht mehr. Ey, das ist Hardcore Leute. Einen Schuss. Einen Schuss braucht ihr da? Einen Schuss. Ja, ich... Schiebung. Schiebung. Was? Schiebung? Schiebung. Wer schiebt B? Boah, was? Spray and Prey. Schlingels. Ihr Schlingels. Schlingels. Zack. Oh, die ist schön. Zack. Neuner. Das ist Pro Sniper hier. Da müsst ihr echt das Skill dafür haben. Nein, der steckt hier noch neben mir. Oh, warte. Oh, warte. Oh, hier ist er. Sniper rüber. Alles. Alles erlaubt. Alles erlaubt. Alles auf sie. Was? Nein. Oh, ganz auf sie. Ah. Er hat die meisten Punkte. Hab ich. Und klappt ihn. Ah. So, Oli aus der Hüfte mit der Sniper wieder. Ja, hab ich auch versucht. Ah, Oli aus der Hüfte. Also nichts hier. Wie im Weston. Ne, jo. Achtung. Feindliche Vorräte. Ah, ja. Ich freue mich. Alter. Boah, was, ey. Hier Vorräte. Keine Ahnungwo. Nein, das sind meine. Ja, auf ihn. Wo sind die Vorräte. Das sind meine. Keine. Echt? Hast du jetzt geklaut? Ja. Ja. Wo bist du mies? Boah. Geschütz. Geschütz. Wohin zeigt's denn? Ähm. Osten. Was? Ist Bray. Bray sieht kein, aber andere Hüfte nur dauern. Wo ist Osten hier? Hallo? Ah. Nein. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ja. Dein Ernst. Ja. So. Okay. Dann Oli Quickscope mal wieder ein bisschen Kultur reinbringen in das Ganze. Oh. Kultur. Oh Gott. Der Zug ist abgefahren. Ja. Ich glaube auch. Ja. Oh. Ich hab ne gute Idee. Ja. Ich hab ne gute Idee. Hallo? Das war kein Quickscope, Ludolf. Das war einfach nur fies. Granaten Quickscope. Vorher die kriegten gestorben. Da hab ich ihn schon wieder erwischt. Sehr schön. So, gleich schaut ne ganz geile Runde. Ne richtig coole. Haltet euch fest. Ich hab ne Idee Leute. Ich hab ne Idee. Wir sind jetzt noch bei Quickscope, ne? Ja. Ich weiß es hier nicht mehr. Was verbindet er? Die scheiß Fahrräder nochmal. Geschützt steht hier oder so. Ja. Irgendwie schon, ne? So, Ladies. Jetzt ist alles erlaubt. Ich hab das abgedrückt. Das ist kein Quickscope. Und dreimal abgedrückt. Nein! Der Start geht ja nicht hier. Verdammt. Alles erlaubt, Leute. Okay. Oh! Achtung! Nein! Das ist jetzt auch erlaubt. Hihi. Das wagt ab. Hihi. 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 Jetzt wird's gefährlich. Aaaaaaah! Nein! Ich hab's gewusst. Ludolf. Zünder C4. Ich wusste es. Irgendwas war komisches gerade. Jetzt hab ich mal ein paar Kauzes. So, wir punkten auch mal den hier. Oh! Oh! Da fehlt noch ein bisschen die grobe Hälfte. Ah! Ah! Was? Boah! Das ist so eine schreckliche Klassen, ne? Nein! Ich frau mich, weil die... Ich frau mich echt, weil die eingestellt hat, ey! Wer hat die Klasse eingestellt, ey! Das muss dein übster Kunde gewesen sein, ey! Der Admin. Ja, und der Admin. Der Admin. Der Admin ist der Admin. Ja, 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 ja. Der kann doch nicht halt nicht atmosfrieren, ne? Der kann doch einfach nicht. Ich lebe es auf, wenn ich die Triebe sagt, mit Doppel-Eff auf die Sekretze. Was? Ja! Ich hab Ruf aus. Man! Ich hab Ruf aus. Ich hab auch noch aus der Hüfte geschossen. So, jetzt. Jetzt wird's ganz heiß. Jetzt kommt mo-a, wartet mal! 맞´sa! Hab dich. Au! Boah, jetzt muss ich dichفسen. Yo, jetzt kommt m-a、 wartet mal! CDCenampen Boh ... Richtig mies. So, granatwehrv only-un moto-a ��irv only-a-mpra-ahnen- св Sammy- пошlt Nein! Kranatwerfer und Messer, und Messer und Vorräte. Zack! 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 Verdammt. Schlecht gezackt. So, jetzt Flashbangs, C4, Messer und G... Was kommt jetzt bitte? Ach du Scheiße. Die Sekundäre war doch gar nicht mehr erlaubt. Doch, 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 MLG, Flash und C4. Oh, sorry. Mach mal alle oben auf das Payflow-Dingen. Egal wie auf dem Payflow. Los jetzt! Darf die schießen? Autsch! Autsch! Payflow, ey, ist echt mies. Boah! Zerro! 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 Zerro geht alle weg! Nein! Nein! Das ist doch nicht Sporschwein! Versteckt euch in den Häusern irgendwie! Nee! Boah! Besser er als dich, PD! Was ist denn das für eine miese Sache? Ey, wie viele Tuber-Dinge hatten das Ding abgekriegt schon, ey? Nein! Boah! Diese MG heißt läuft! Läuft heiß! Heißt läuft! Diese MG heißt läuft! Das gibt's doch nicht! Was? Das ist eine Verschwörung! Das ist eine Verschwörung! Jawohl! Ich krieg die Turnier zu! Wer hat denn diese Abschwörung erlaubt? Steve! So, alles erlaubt jetzt! Jetzt geht's hier in die heiße Phase! In die heiße Phase! Na, kommt her! Ich bin ja da! Jo! Tobi! Wie kannst du da? Du hast gerade meinen Kill geklaut! Hast du meinen Kill geklaut? Äh, ja, das war mein Plan! Jür, ich muss gerade einen Terror! Boah, jetzt wollt ihr den Terror featen oder was? Äh, Peter ist am Schild! Peter ist am MG! Alle gegen ihn! Also du bist der lieber als dich zu featen! Hahaha! Baby, doch, schon mal! Ich ist am MG! Da ist jemand dein MG! Ich hab nachgeguckt! Ist das tot? Ja, die sind noch in das gelandet! So, jetzt geht's los hier! In die heiße Phase! Jetzt geht's! Bam, 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 bam! Boah, Philipp! Was? Nidmark! Er ist noch! Kennst du am? Am Arsch? Niemals! Ich hab dich gehippen! Ach, das war meine Kugel hier! Ja! Stimmt! Oh, was? Das war nicht drauf, Tobi! Alles klar! Terraro! Der eine! Okay, der war nicht drauf von mir! Boah! Der ist so bei diesem Welthaus! Links neben MG! Terraro schießt ihn ab! Doch! Doch! Nimmer! Mist! Alter! Freeze, man! Ey, ey, ey! Sech Kills noch! Sech Kills sind ja max! On the max! Nein! Ubi! Ey, du hast aber durchgedrückt, ne? Alter! Ohne Witz! Gedrückt und gebetet! Er ist am MG! Stevie am MG! Nein! Nein! Du Hardcore Cheater! Du Hardcore Cheater! Ah! Jetzt wird's bitter, ey! Den hole ich mir! Mist! Das wars, ey! 25! Nein! Fabi! So ist nochmal alles erlaubt! Gebt alles! Aber nicht Terraro! Terraro! Wer hat mich gewinnt? Sie kämpfen, Alter! Jodewitz! Tudolf down! Achtung! Weibliche Vorräte! So! Nein! Der hat weggetubed! Böser Bub, ey! Kommt jetzt nochmal vorräte? Wenn jetzt nochmal irgendwas frisch fällt, es kommt drastisch aus, ne? Oh, komm schon! Oh, sorry! Sorry! Tut mir leid! Jetzt gebe ich schon das zweite Gesang! WTF, warum kriege ich immer nur die Geschütze hier raus? Hier kommt die 830! Jetzt kann ich es riechen! Ich rieche! Die nächsten Vorräte sind die 830! Die nächsten Vorräte! Die nächsten Vorräte! Die Vorräte, Junge! Sie kriegt die 830! Weiß es! Zack! Wo sind sie hier? Wo sind sie? Kommt alle jetzt in mir! Lasst! Lasst euch nicht fieten! Da ist er! Da ist er Schredder! Los jetzt überholjagd, Steve Petey! Ja, das ist... Das ist ein bisschen homofürstig, aber man kann es halt nie ändern, ne? Man kann es halt nicht ausmachen! Man kann jetzt sozusagen nur ein bisschen da die Map überblicken und quasi taktisch agieren! Ah, schon wieder du! Hoppla! Oh, ich... Du mit deinem Tuber, weißt du? Oh! Laffel... Laffel Zero, ey! Laffel Zero! Ja, ja! Wenn ich das Video anschauen werde ich extra... Ja! Von wo das denn, Alter? Nice shot! Zack! Der Rebo! Der Rebo! Wie war denn noch? Oh, jetzt, jetzt muss es klapp, es muss knapp! Ich hole auf! Oh, Terra, oh, jetzt aber schnell hier! Jetzt aber schnell hier! Jetzt aber schnell hier! Ja! Prost! Prost! Keine Ahnung! Oh, jetzt aber schnell hier! Prost! Vorräte! Oh, dort oben kämpft er, ey! Du altes Brötchen, ey! Ohne Witz! Wohin kämpst du dort? Nein, das ist jetzt nicht das! Ey! 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 Man sieht kaum noch Leute, ne? Man sieht kaum noch Leute! Was? Aha! Was? Was kommt jetzt? Ein Payflow! Vom nächsten! Der holt noch auf am Ende! Das war meine! Das gibt's nicht! Halt ihn runter! Halt ihn runter! Halt ihn runter! Damit kennt ihr euch aus! Hör! Runde holen! Der war mies! Komm her! Kommt alle her! Außer Payflow Gaming! Autsch! Scheiße! Rufus! Nein! Boah ey! Ohne Witz jetzt! Ich kann die mal aufholen! Ja, die dann auch überhaupt nicht, ey! Fünf Kills! Ey, wenn du jetzt! Loves you, ey! Ohne Witz! Der braucht noch einen! Ja! Echt? Ja! Wie jetzt? Ja! Ich hole auf! Nein! Wie kann denn der Payflow ist in China? Not Aimbot? Ja! Er holt euch! Ja! Er holt euch! Ja! Er holt euch! Er holt euch! So ein Aimbob, ey! Steve! Das wirst du dich verhauen! Ich geh am Stock! Ich geh am Stock! Ja! Nein! Luffel Zero, ey! Ja! Ich wär schon wieder erwähnt! Luffel Zero! Nein! Ganz bald! Ich bin ganz bald! Ich stehe mit dem Noob-Tür weg! Also irgendwie mal! Nein! So, stirb! Jawoll! 90 Kills! Doch, Leute! Geh vor ein! Nein! Doch, 80 Kills! Kriegst du niemals! Nein! Das gibt's doch nicht! Uh-huh! Aua! Mein Kills war... Ach komm! Fünf Kills, Alter! Das ist unglaublich! Nein! Au! Yo! Mach den Headshot! So, jetzt! Oh, jetzt! Na! Jetzt wird's bitter! Was hast du denn für ne Waffe? Was war das denn? Das war MG, Juhl! Das... Das ist super brutale Waffe! Wollt! Hast du bestimmt besser vorröte, ne? Eine neue Waffe! Ja, hat er! Aua! Aua! DPDs am Heli! Was? Nein! Stimmt's! M-m-m! Autsch! Ja! 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 Wo treibst du Melli? Ey, der holt jetzt echt nur auf! Der holt jetzt echt nur auf! Ich krieg die Tür nicht zu! Was ist denn das? Eine AGR? Wer hat die AGR? Der hat die Gio doch aus! Oh, wer ist das? Gio! Bäm! 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 Alle aufs Dieves! Alle aufs Dieves! Die fällt an! Nein! Hört aus! Steve ist beim Bärmhaus! Das ist Steiner von Steve! Ich kenn das weniger! Bäm! Nächster! Nein! Nicht du Nächster! Ich nicht Nächster! Noch 3 Kills! Ich hab's nicht geschafft! Aaaaaaah! Nein! Das ist wieder was! Nicht so schlecht! Nein! Keks! Ja! Scheiße! 3 Kills! Ja! Spray ein Game! Noch einer! Hm! Zwei Kills noch! Der braucht nur noch 3! Verdammt! Ist das knapp! Niemals! Was! Was! Willst du mich verarschen? Die dritte Payflow-Kiste? Das war nicht von mir ne Pilgritte! Bäm! Einer noch! Komm! Weg snacken! Wo sind sie? Wo sind sie? Nein! Payflow geh weg! Ja! Gib ihm! Nein! Komm her! Tobi komm zurück! Nein! Der Payflow! Ich war's nicht mehr! Nein! Einke! Nein! Nein! Geh weg! Mutti! Nein! Und ich hab's genau gesehen! Ich stand daneben tot! Alter Schwede! Alter Schwede! Hey bitter! Ich war noch am spawnen! Das war Mist! Alles klar! Coole Sache! Alles Gute Terraro! Danke! Boah! Ich würde jetzt wieder runterkommen! Das war ein bisschen brutal! So! Wir bedanken uns fürs Zuschauen! Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben! Und ein Kommi wie es euch gefallen hat! In dem Sinne! Wenn ihr wieder mitspielen wollt! Kommt in die Stiefpetti und Freundesgruppe! Oder halt ihr lasst es sein! Und ja in dem Sinne! Hauserin! Bis zum nächsten Mal! Euer Stiefpetti! Tschüss! 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 Tschüss!